YouTube Hallo Wunderschönen guten Tag ich bin's euer Zocki und das ist Miss Survival Ich sag's euch Die Bären machen einen fertig oder? Also die Bären sind doch sehr stressig Ich möchte nur den einen Reifen hier wieder haben Okay, pass auf, der ist gerade beschäftigt Oh, und tschüss Bär Mach's gut Den deinen Freunden von mir Ich hoffe es ist kein zweiter Bär hier, dann krieg ich jetzt den Reifen Ich möchte doch nur den Reifen wieder haben Ich möchte das in ein anderes Auto einbauen Ich geh jetzt wieder zurück zu meiner Base, da stehen so viele Autos Uh, da ist noch ein Bär Nicht, dass ich wieder blöd runterrutsche und dann sterbe So, da krieg ich Fleisch Da krieg ich gar nichts Okay, auf jeden Fall will ich ein bisschen Fleisch haben Ich will von allen ein bisschen was Wenn das möglich ist 4 Stunden Mit einem guten Feuer und so Richtig lecker Oh, wie viel ich fallen lasse Oh Nein, es nebelt sehr Etwas Wieso zeigt er mir nicht an, was er damit gleich machen kann, weißt du Hier Ach du, oh ich bin am Verdursen Ah Ein bisschen was trinken Ist gar nichts drin Ach Q Welche Höhe tut's weh? Ah, jetzt tut's schon weh Oh Woopi Ich leg mich hier rein pennen Ich sag's wie sie's Ich muss auch nur hier hin kommen Ah, ich darf nicht schlafen gehen Nein, ich darf nicht pennen gehen Ich bin ja am Verdursten Okay Okay, er hat aufgehört Oh, da liegt er tot am Boden Supi Hast du was zum trinken? Wäre echt nice Hat gar nichts Okay, super War bei mir Richtung Base irgendwo ein See oder so? Glaub ich gar nicht, oder? So was Neues nachkommen? Komplett leer, komplett leer Okay Nein, war nix Neues Fuck Hier auch nichts Ich glaub rohes Fleisch essen macht nix Ich glaub so weit ist das Spiel noch nicht Aber es macht nur Durstig halt, ne? Das ist das einzige Aber wenn ich ein See finde, kann ich meine Wasserflasche auffüllen Oder ich find auch was so zum trinken Das wär natürlich besser Hart momentan Ah, warte einen Moment Ey, yo Ich speicher das Game Ich hab keinen Bock wieder von neu anzufangen Ha, hier Achso, ich muss sie reinziehen Haha Intelligent wie ich bin Aber das Wasser schaut aber nicht gut aus Das ist grün Mal testen kurz Äh, ja okay Ist nicht gut Äh, ja okay Da find ich lieber was Ganz ehrlich, da find ich lieber was zum trinken So, hier guck ich jetzt erstmal gar nicht ran Hier steht nämlich noch ein Auto, okay, geil, ja Hier Pass auf, jetzt brauch ich nur noch, ich brauch nur noch einen Reifen und einen Motor Oh, 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 warum so leid? Ist hier etwas nachgespawnt Der Loot wieder hier Habe ich den Hard Mode aktiviert, warum hab ich hier keinen Loot mehr? Ah, Handschuhe und, äh, okay Gehe ich nicht, warum hab ich keinen Loot mehr? Ich dachte, wenn ich raus und rein gehe Habe ich wieder Loot? Das Auto nehme ich fix Das nehme ich Das ist nicht zu weit weg von meiner Base Also, das geht So Ein Reifen und einen Motor noch. Sprit haben wir ja, aber ich würde das gerne noch füllen ein bisschen mehr, den Kanister. Es wird dann Zeit, dass ich wieder pennen gehe. Und was trinken. Also trinken geht eigentlich, aber das Wasser ist nicht gut. Das ist grün. Grün ist nie gut. Also grünes Wasser ist nie gut. Komplett leer. Aber es wäre geil, wenn ich in der Folge jetzt schon das Auto hinkriege. Da wäre ich echt glücklich mit. Da ist gar nichts drin. Schmarni, corny. Oh ja, die Dinger nehme ich mit. Die habe ich alle verbracht, oder? Kann ich hier nicht reingucken? Nein. Gar nichts drin. Komplett leer geräumt, das Ding. Hier brauche ich gar nicht gucken. Vielleicht liegt hier außenrum irgendwo. Außenrum, also draußen irgendwo ein Reifen. Hier habe ich auf jeden Fall eine Werkbank, falls ich irgendwas bauen muss auf die Garten. weil meine Base ist ja nicht weit weg. Weißt du? Können wir hier schauen. Vielleicht geht irgendwas. Ähm, cooles. Ähm, anzugmäßiges. Ich habe die nicht mit. Das sind Strom, Shield, äh. Köcher. Was ist mit Bogen? Ich brauche ein Seil. Ah, die habe ich... Habe ich die liegen gelassen? Ja, ich habe die liegen gelassen. Ich muss Bären killen, fuck. Für einen Bogen müssen wir Bären killen. Das kriege ich noch nicht hin. Ich will echt überlegen, ob ich nicht noch das machen soll. Noch einen. Es ist nie verkehrt, denke ich, genug Sprit bei sich zu tragen. Level 1. Oh, habe ich jetzt da? Ich brauche die Dinger um... Okay. Scheiße, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Den Spaß brauche ich direkt mal eine Säge. Es kommt nichts Neues nach. Es wird nur finster. Wir gehen nach Hause. Es wird finster. Wenn die Sonne futschiht, bin ich tot. Wo ist mein Zuhause? Da unten war es irgendwo. Ich bin dran vorbei. Wo ist mein Zuhause? Fuck you. Wo wohnt Zocki jetzt? Warte, ich bin hier. Nee, Mann. Ich mag in der Nacht dicht herumlaufen. Wo habe ich mein Zuhause? Hier. Wow. Jürich, schließe nicht. Penne am Boden. Juckt nicht. Was kann ich mit Bahnen? Lagerfeuer? Fucking. Wenn man da brennt. Äh. Was könnte ich bahnen? Ich kann eigentlich raus. Wie drehe ich das? Das war auf R. Super. Super. Ich gehe mal schnell penne. Kann ich schlafen? Warum kann ich nicht penne? Weil F7 nicht penne ist. Oder? Das ist kritisch. Ich brauche den Grillplatz unbedingt. Wieder hell. Okay. Wir brauchen. Was wir brauchen ist. Ich brauche runter noch ein Lagerfeuer. Ich habe leider nichts. Steine und Dinger. Okay. Das kriegen wir hin. Aber ich habe kein Feuerzeug. Wie machen wir das? Was? Ja. So. Ich habe heraus. Wie ist es? Wie? Wie ist es? Das ist. Die juckt jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht oft. Ich sehe ja die ganzen Dinger. Äste, Zweige und so einen Blödsinn. Aber wann? Wann kann ich so... Warum kann ich nur... Immer nur die bestimmten hier Dinge aufheben. Das nervt. Hier wird was drin. So, ich schau jetzt gar nicht mehr ins Motel rein. Oh, da ist wieder ein Bär. Fuck. Da haben wir noch Sprit. Obwohl hier parken auch ziemlich viele Artes. Da könnte ja auch noch was drin sein. Klebeband. Zigarette und, äh, Ding. Passt schon. Ich brauche mehr Munition auf jeden Fall. Den nächsten Bären kriege ich nicht weg. Mit fünf Schuß. Also wenn der sich jetzt überlegt, äh... Hier ein bisschen zu kosten. Dann ist verbar. Oh, 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 was ist das? Gegner, freundlich, feindlich? Ich weiß es nicht. Die sind verdammt bewaffnet. Oh, kacke. Nein, die sind keine Freunde. Definitiv nicht. Also Gegner mit, mit Skimasken und so. Also Typen mit Skimasken, die bewaffnet sind. Die können doch keine Freunde sein. Wir riskieren's. Ich hab nicht viel Schuss, aber... Müsste ich doch killen mit nem Headdy, oder? Ich speichere vorher nur. Unsere ersten Gegner. Nein, das war aber gut. Hey, zwei von drei. Das geht. Die haben geile Reckner an. Äh, Johnny, Connie. Nein, nein, nein. Ich will laden. Ich will laden. Ich will laden, äh. Menü. Die kriegen wir weg. Ich hab zwei von drei. Das geht. Ja, Problem war nur... Der Typ hat mich gesehen. Bitte denn. Jetzt will er mich nicht sehen. Ja. Ich hab fünf Schuss. Jeder Schuss muss sitzen. Nein, das war nix. So, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Hahaha. Dammit. Ich glaub, ich glaub, ich darf da nicht hin. Jetzt hängt's komplett. Na, passt. Ich versuch's jetzt nochmal. Aber ich denk, ich darf... Ich kann da nicht hin. Mit fünf Schuss, was richtig... Das war's, nix. Aber ich hätt gern die Knarren von denen. Was soll ich tun? Wenn die fertig sind... Meine fünf Schuss, wenn die weg sind... Was mach ich dann? Ich hab... Ich hab den, glaub ich, schön angeaimt gehabt... ...und trotzdem nicht troffen. Weiß ich nicht, ob die... Die Tonne oder sowas davor stand, vielleicht... ...den Schuss abkriegt hat. Wisst ihr? Vielleicht muss ich mich besser positionieren. Schmanikorni, Alter. Ich geh nicht hin. Ich weiß, wo sie sind. Ich geh nicht hin. Passt schon. Erst, wenn ich... Erst, wenn ich gut Munition hab. Bessere Waffen. Dann gehen wir hin. Es ist... Es bringt sich nix. Gerade momentan bringt sich nix. Ich weiß nicht, ob die auch wandern gehen in der Nacht oder so. Keine Ahnung. Aber ich geh nicht hin. Wir gehen hier hoch. Obwohl die richtig geile Sachen haben werden. Sachen, die ich brauchen kann. Isn't out. Das ist wirklich nix. Ich bin ein Tee. Ich bin ein Tee. Ich bin nichts. Es blaster ihr Sachs. Ich bin ein Tee. Ich verzeh zurey, auch geil wie viel sprit sogar es ist bockt oder ich finde das spiel bock gerade extrem übertrieben es spielt ich kann echt gern ist es magic ist ein mehr inventar plan ist was drin muss ich kann ich so öffnen hier würde ich gern mitnehmen würde ich gerne mitnehmen sowas auf dem was ja gleich wir haben richtig viel sprit schon hat ich speichere das ganze wieder da liegt munition übrigens habe ich gar nicht gesehen vorhin dafür habe ich natürlich kam ja und das ist der scheiß das ist der scheiß es geht sogar munition ist natürlich absolut wichtig da ist das das fleisch eher nur halb so wichtig wollte ich nicht was ich wollte mich so kann ich mir hier was machen habe kein holz holz kann ich ich habe kein feuer 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 nix bringt ja nix ohne feuer ach gott ich muss unbedingt essen das muss helfen perfekt ein bisschen besser geht es mir jetzt oh fleisch ja komm ich darf meine ganze munition jetzt nicht für die tiere hier verschwenden oh geil oh fuck falsch ah was jetzt was ist jetzt nein der spiel hat den größten fehler ever ich kann es nicht mehr nehmen oh gott muss echt aufpassen du darfst dich nicht verdrücken ah 9 mm munition bin einfach der beste das lasse ich liegen von denen habe ich so hallo was ist denn jetzt los ah wir haben mehr munition wir könnten was war das ok wir könnten testen gehen ob wir die typen wegkriegen hier ist noch ein fahrzeug noch oh das ist ein geileres viel geileres die frage ist auch finde ich im motor oder muss ich mir den selbst herstellen aber ich glaube sowas muss sowas muss zu finden sein ich kann doch nicht von dir erwarten also von mir von mir dürfen die mal gar nichts erwarten dass ich mir sowas selbst herstelle das ist für mich ein ding der unmöglichkeit steine müsste ich auch mitnehmen fürs fleisch und trinken aber jetzt dürfen sie einfach nicht von mir erwarten dass ich sowas hinkriege seine frechheit das hat da gar nichts drin das hatte schon noch viel besser als noch ich will nochmal speichern ist schon ein geiles spiel ich meine ich hab's ja schon gelesen das ist nur ein entwickler also logisch dass das noch viel ich weiß nicht wie lange es das spiel schon gibt aber es ist absolut klar dass das noch viele fehler hat da passt so viel rein aber wie viel passt denn da rein echt keine ahnung oh ein Reifen ähm was sagt tschüss irgendwas die säge weiß ich nicht das finde ich immer wieder überall am Brunnen Reifen eben wo ist er hin na er rollt weg ja wo willst du hin hammer brauche ich nicht besser uh noch eine pistel da willst du mich schon ein bisschen in den finger jucken noch eine pistel komm du kommst weg ok oh geil was du mir wer weiß wie oft ich vielleicht ist oft in so ein ding da drin in so ein hochstand sowas wer weiß wie oft ich das schon übersehen hab so warte mal ich hab doch von hier oben irgendwo was gesehen noch war das in die Richtung oh da bilde ich mir das gerade an das kann natürlich auch sein noch ein arter oh das geht der Sprit reicht locker für ein paar ne noch ein Reifen Okay cool YouTube 28 Minuten Hey Da schaut doch keiner mehr zu Wir sehen uns in der nächsten Folge Ich werde mich jetzt noch ein bisschen umgucken Also eh mit euch dann in der nächsten Folge Aber lang kann ich halt nimmer Weil ich muss dann arbeiten gehen Aber ich möchte jetzt ein bisschen vorproduzieren Damit ich ein bisschen was hab Weil wegen der Arbeit kommt oft Ein, zwei Tage kein Video Bin ich jetzt auch nicht so prickelnd ehrlich gesagt Aber Ich hoffe Ich konnte euch einigermaßen unterhalten Das mit den Banditen war schon witzig finde ich Nur ein bisschen Obwohl jetzt hab ich viel mehr Munition Jetzt könnte ich Wenn ich ne gute Posi find Wenn ich ne gute Posi find Könnt man eventuell durchziehen Ich weiß nicht Da krieg ich die weg Aber ich bin nicht safe Hab ich noch Platz im Inventar Nö Müssten wir echt schauen Da hinten irgendwo ist ja meine Base Oder Weil hier irgendwo ist das Motel Ja 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 Gut Wir sind jetzt in der nächsten Folge Hoffentlich hab ich in der nächsten Folge schon ein Auto Weiß nicht ob ich es noch versuchen soll Die Banditen zu killen Weil die haben vielleicht einen Motor oder so Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ob ich den finden muss Selbst herstellen kann Keine Ahnung Ja auf jeden Fall Ich hoffe ich konnte euch einigermaßen unterhalten Bis zum nächsten Mal Macht's das gut Hau zu rein Und immer brave sein Tschüssi